Eine Reifmaschine basiert auf den Prinzipien von Royal Reif, einem brillanten Wissenschaftler, der im letzten Jahrhundert geliebt hat. Er entdeckte, dass Mikroorganismen mit Frequenzen zerstört werden können. Er führte tausende von Experimenten durch, von denen jedes bewies, dass Krebs eine virale Ursache hat und dass die Schädigung dieses Virus normalerweise zu einer Heilung führte. Als letzten Test hat die Universität von Southern California ein Special Medical Research Committee eingesetzt, um die Krebspatienten in Endstadium des Pasadena Country Hospital zur Behandlung in ein Labor und einer Klinik in San Diego zu bringen. Das Team bestand aus Ästen und Pathologen, die zur Untersuchung von Leichen und Patienten eingesetzt wurden, die in 90 Tagen noch am Leben waren. Nach 90 Tagen stellte der Ausschluss fest, dass 86,5% der Patienten geheilt waren. Die Behandlung wurde dann angepasst und die verbleibenden Patienten darauf reagierten ebenfalls innerhalb von vier Wochen. Die Gesamtwiederfindungsrate betrug 100%.